so servus da sind wir wieder und bevor wir lang schnacken flitzen wir mal schnell hier rein so jetzt speichern wir noch mal schnell und jetzt geben wir in aller ruhe hier runter warum geht da eine alarmanlage an wenn wir da reingehen und jetzt hier rein geht die alarmanlage an knappe sache mit vater irgendwas reden machen wir direkt scheiße ich möchte laden bis wir haben es fast geschafft so eine kacke jams fast geschafft aber wir sind echt hätte ich nicht geladen hätten wir es wirklich verkackt seien wir ehrlich ihr wisst dass ich weiß es wir können glaube ich ganz entspannt hier einfach durch marschieren ich hab's wieder vergessen warte mal wenn ich jetzt werte ein hinterhältiger scheiß hoch die ne wenn ich jetzt mit dir hier reinmarschiere ah ha na klar nein ich will nicht mit party kumpel reden ich streng nicht mehr an weil ich ne knarre hier will ich haben ich speichern oh gott da sind ganz schön viele ne hollala boah wer denn hier so ein hollala erzähl einfach das special security protocols offline special security cell accessible Sind jetzt alle offline? Kann ich die jetzt einfach bekämpfen, oder was? Okay. Aber die Sirene ist noch aktiv. Oh, komm mal. Es fehlt doch noch eine, oder? Weil die ist doch zum Beispiel noch aktiv. Ist die noch aktiv? Nee, hier ist gar keiner mehr. Ah, fuck. Ja, gut, okay, komm. Scheiß drauf. Wir kämpfen jetzt einfach. Okay, offline, okay. Na. Okay, der ist trinkt. Sehr gut. Und jetzt liegt er da hin. Schade. Halt, falsche Kopf gerückt. Wow, super. Oh, Gott sei Dank, zwei weniger. Na, komm schon. Ist jetzt nur einer, ne? Warum greift er nicht hier an? Komm hier, greif es an. Okay, die haben nichts mitgekriegt, okay. Sehr gut. Sehr gut, hier ist sie. So ist meine Treffer-Chance so schlecht. Ah, hier, ne? Stimmt, ich habe mich gerade gefragt, wo der letzte Gegner ist. Aus, kaputt. So, wir haben noch mal knapp und gut durchgekommen. Das müssen wir auf jeden Fall speichern. Was ist das? Das müssen wir auf jeden Fall speichern, um uns die hier oben auch vorknüpfen. Die Sirene ist ja auch tot hier, ne? Die Sirene ist ja auch tot hier, ne? Die Sirene ist ja auch tot. Das müssen wir auf jeden Fall speichern. Das müssen wir auf jeden Fall geschehen. So, ja, weiter bitte. So, ja, weiter bitte. Widerstand gegen Geschoppt. Nicht genügend AP zum Nachladen. Boah, 74% und jetzt kriegt er einfach nicht, ne? 1, 2, 3 Stück. Und er ruft noch welche, oder was? Lixer. Okay, den müssen wir ausknüpfen. Der holt immer wieder neue ran. Der muss weg vom Fenster. Da ist noch ne Alarm anlaut. Ich wusste es. Ja, ja, mach ihn kaputt. Ja, Hirashi, mach ihn kaputt. Ja, ich muss noch nicht sein. So. Die müssen noch nicht mehr gehen. Hau ihn eine runter. Klatsch. Sehr gut. Alle nur noch. Dieses Ding, ne? 69 Prozent. Ah Mist, Mist. Scheiße, reicht nicht. Fuck. Ach, schade. Ja, weiter. Hä, noch einer? Warte. Ist das die scheiß Sirene hier? Da ist auch noch einer, ne? Warte mal. Ja, hier. Wo ist Spinnerin? Ja. 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 Ja, sauber. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Scheiße. Kacke, Mann! Was ist denn, wenn ich jetzt einfach mit Chordide hier reinlaufe? Weil da zwei Pfeile sind, ne? Das wird auf jeden Fall jetzt gerade knackig. Oh, mehr Schaden als hier gefühlt. Ja, das ist ja. Sprecherliche Protokolle auf-line. Sprecherliche Selle-Accessible. Wer bist du? Und warum bist du in der Nucleus? Uh, never mind, du bist. Aber wenn du hier bist, du musst in der Nucleus in der Nucleus in der Nucleus in der Nucleus in der Nucleus. der Nucleus in der Nucleus. Wurde zuvor. Ich komme zum Beispiel. Problem ist, dass du in der Nucleus in der Nucleuskilice verbtest. Du haust erst mal da hinab. Und you my friend. Und du gehst dahin einfach, damit du sicher bist, dich geliebend empfehlen. Und du gehst dahin einfach, damit du sicher bist, dich geliebend empfehlen. Und du gehst dahin einfach, damit du sicher bist. Oh mein Gott! Shit! Okay, noch ein neuer dazugekommen, okay. Finde ich gut, dass du die alle weglogst. Und noch zwei. Jawohl. Jetzt kommen noch mehr. Ich bin gefickt. Scheiße, fuck. So was von einem Eimer. Raum auf mich. Sehr gut, jetzt schnappt euch den Angefressenen hier. Ja genau, den. Oh, den hab ich gar nicht gesehen. Gut angeguckt. Neuen AP. Das ist bescheuert. Komm ich dran? Mach es aus. Ach, der Kampf geht noch weiter? Ah, er legt noch. Okay. Okay, los, klopp ihn weg. Schaffst du es noch? Schaffst du es noch? Sauber. Puh, Leute, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ich sah erst nicht danach aus. Meine Fresse, war das ein Fight. Okay. Oh, trrrrrrrrrrrt. Oh, trrrrrrrrrt. Na, 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 na. Hey, tja, Junge. Ist hier sonst noch irgendwas drinne? Okay. Äh, hier, bevor ich es vergesse, hier müssen wir auch noch rein. Handzeugung von vor dem Krieg. Okay, verkaufs Automat. Funktioniert noch ein. Oh, ein Toaster, den hab ich gar nicht gesehen. Cheyenne Mountain Dew, oh mein Gott. Das leuchtet aber extrem. Trinkt um 36 Züge lang, plus 25% ausweichen. Hm, wird der Nutzer auch verstrahlt. Verursacht aufgedreht, verursacht heilige Strahlung. Kriste voller Planquadrate, okay. Was auch immer. Okay. Oh, Junge, Junge, Junge. Das war ein Fight. Na, mit dir laber ich später. Oh, ich glaube, welche Dünge. Oh, you came back. Thank you. Uh, but, uh, who are you guys anyway? The Desert Rangers, who are you? I'm a Father Besor of the Primordialists, and I'm kind of surprised to see unbelievers down here. You didn't, uh, you didn't kill your way here, did you? Like all those mutants just inside the entrance? Mutants like me? They're my flock. I, uh, I mean, my congregation. I was kind of hoping they come rescue me, so I hope they're still alive. What? Abte, Deutorium und Dünge-Hüttiessen haben versucht, Dünge-Hüttiessen zu töten. Oh, wir haben sie verjagt, verdammt richtig, weil wir sie und Dünge-Hüttiessen gerettet haben. Der Rippen. What? This is terrible. I mean, thank you for saving the Proteus, but I've got to get back there. Uh, did you kill Deutorium? Herr und Dünge-Hüttiessen sind mit einem Lift so eine Art Energiespeicherbereich hinuntergestiegen, bevor wir sie in die Hände bekommen konnten. Nein, seine Freundin rannte in die Kühlbecken und er nahm einen Aufzug nach unten. Now, it must have been the one to the energy storage facility, which means we're at an impasse again. He can't get the Proteus's code and we can't get his, so neither of us can enter the chamber of the holy detonation. Ugh, it's so stupid. If Deutorium would just listen to reason, we could all share its warmth together. The rift between the Primordialists and the Nucleists could be healed. We were all family once and I believe we can be again. I don't know how, I just, I just keep hoping for a miracle that the holy detonation will provide. Anyway, if you're here to get me out, let's get started because I need to get back. Wie bist du in die Zellen gelandet? Heh, well, every so often I come down into the lower levels to search for flesh tumors. They tend to wander, you see, and when frightened or agitated, they clump together and form colonies like the one here in the detention level. I also wanted to see what sort of experiments the Nucleists were performing down here, as I suspect their work distressed the tumors and caused them to cluster in the first place. They are blasting unmutated subjects with very high doses of blessed radiation, hoping to unlock the mysteries of ascension. They believe that the right combination of devotion and radiation would transform them all into angels like iridium. But the holy detonation works in mysterious ways. The radiation angels are a miracle, a gift. Deuterium is a fool to think that he or anyone else can become divine simply by flipping a switch. Much though he might wish it. Warum haben sie dich gefangen genommen? They think I can control the flesh tumors and demand it to know my secret. I suspect they want to use the poor things in their experiments. I tried to tell them I can only calm them a little, but they refuse to believe me. Deuterium has poisoned their minds with his hubris. Oh brother, how did you lose your way? Oh yeah, that one has been baffling me. All the others have responded to the tune I taught you before. This one, no reaction. I'm guessing we just haven't found the right tune to calm it yet. If you know any songs, I'd give them a try. And if you do find one that works, well, you're welcome to whatever you find in that crate. The tumor colony has been sticking to it for so long, I've forgotten what's in there. Oh, thank you. The console there opens the door. Just be careful which button you push. I gotta look at the menu as they were throwing me in here. And there's a way to kill me without opening the cell. Also, an option to blast me with radiation. Okay. The radiation option is actually kind of tempting, but becoming one with the glow would be selfish right now when they need me back at the camp. So you better just let me out. Thanks, friends. Praise the glow. Okay, das machen wir allerdings erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zugucken und bis bald. Ciao. Ciao.